Musik 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 Ja, ist klar, nächste Runde mach ich Wie viele Games haben wir schon gezockt? 4? Haben wir schon 4? Es gibt so Tage, da hast du einfach kein Aim Und heute ist einer Ja, ich hab schon seit Ewigkeiten kein Aim mehr Blaue Tigerstreifen auf der UMP Passt gut, tschau, bis zum nächsten Mal Euer Knosti und heute sind wir wieder zurück Das ist einfach so ein Scheiß Und jetzt mach ich es genau nicht so Jetzt bliete ich das genau nicht so Damit es die Leute hören, damit es noch lustiger ist Das ist echt lustig Gecheckt So UMP, Fingerfertigkeit, Feuerkraft Ruhige Hand, passt alles in Ordnung Karnemal ist ganz lustig Ich habe aber Brauche ich es nicht unbedingt Nein, wenn du das singst und das klingt zu ident, dann werden meine Videos gestrikt, Alter Echt? Ich habe übrigens noch 3 Hättes neben mir liegen Den muss ich noch reduzieren Schade Das ist so asozialgetyp Aber das lustige ist, wo ich das gesagt habe, dann sind die 3 Reviews schon auf einem Kanal Glaube ich nicht Sicher Glaube ich nicht Das ist so irgendwie, ich mag das nicht im Voraus produzieren Aber sowas ist ganz lustig Hast du schon produziert? Ja, es ist schon produziert Aber... Es ist produziert schon jetzt Jo, wir kommen am Es ist produziert sein Ton Wir kommen am 27 Und 20. März Nordkorea hat gerade Südkorea angegriffen Am 30. März Ja Jo, das waren die Neuigkeiten, bis zum nächsten Mal Aber nicht Südkorea die Atombombe oder wer von den Beinen hat es die Atombombe So, wahrscheinlich wäre Däller Irak, der Atombombe ich bin mit Israel, Atombombe nicht sicher Erlärm BZ Wurst, der auf das alte Wiener. Hätte ich auf dieser Mal um einen Kind, die Juki gehabt Ja, cooles Sache er wird hier was so schlecht wird so dass die Stücke das ist kein Gegner das hat mich wirklich schlecht wenn ich heute auch schlecht auf die Xbox das liegt nur noch an der Tuba ich bin mit ihm schlecht wenn man diesen Fenster ausschaut dann legt es da kommt die Konsole nicht klar sind so lustige Sachen sind so viele lustige Sachen auf einmal wovor ach gut ist hier ich bin aber kein Gegner das wird das da oben ist einer hab ich das ist ein Schuss aber ich habe noch immer keinen Gegner gesehen keine lieben zumindest komm jetzt krabbel ich hier in der Ecke wo ist ein wo 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 schnell bitte bitte ich will den typen jetzt mal töten die ihr töten nein jetzt hat selbst die Kinder so ein Bastard wenn ich nicht durch mich verreckt sein Opfer in der für mich mehr habe ich die UMP ab ist sogar hilft sogar bei der Truppe auch gar mit der Skil wenn er was zwei Strich das hat so gut war ich möchte ich verstehe die ganze Dinge zu wo es geht es ist das musikinstrument sei die ganze zeit die wir schon tun war was geht mit dem ab warum sagt er mit nur um die die zubehörte immer wie behindert ist ein ich weiß dass du in der piste aber was so schrecklich ist in der zu und von wie wir als du scheiße wie das sie ist leck mich noch am arsch ganz ehrlich zählt mit euch habe ich das Gefühl dass ich keine künstliche ich habe ich das gefühl dass ich nur noch gar nicht in der jahre ich will jetzt mit herr wird deshalb habe ich gerade keine europäer bekommen mann ich bin eben einer von herrer verreckt gibt es doch gar nicht tja fehl wieviel saßen du schon bitte ich hab 4 1 gerade mal ich hab gerade meine drei streaker du hast schon wieder mein kill geklaut ich pack das nicht so gut ich ich finde einfach keinen Weg hier ich glaube ich muss nachher wieder ohne Newt spielen weil das geht nicht geht einfach da gehen der Drohne neben wo ich vor mir ohne gesagt hat die das richtig gut also kann ich nicht aussetzen wo ist wo es der Gegner hier zu gehen wer auf der Gegner weg wieder lasst den Leiter scheiß vorken ja nicht am Boden ist er weiter scheiß der Strik ich habe auch bei dieser noch in der Art oder der Stieg oder gibt es auch noch ja aber der hat noch die UMP in der Hand gehabt also dann das ist dann mit der Zwicklung der Waffe nur wenn du ne Pistol in der Hand hast ist nix der Strik nein ein Pistol in der Hand ist normal ja ja ist Perk schon behindert wie immer so ein Perk reißen kann ich finde das Schlimmste ist ja wenn du die F-Strik und das Perk hast da kommst du da bist du stirbst du kommst in Last Stand kommst du in Last Stand ihr lustig nein ich weiß glaube ich einen Vorfahrt die uns vor Harry eher und schau wie dreist wie dreist wie dreist ich so gekillt werde ich werde immer so behindert gekillt weil ich werde nachher auf 5 5 7 9 gehen also das ist ganz da macht man sich die Kiste so wie es noch einmal ist bei der Hand nicht okay die Arie hat dabei in den Klassen-DM irgendwas weiter was ist das eine M M Eber der M 21 Eber genau nein die ersten zwei drei Partien gehen so gut im Netzversage ich ihm ist nächste Runde wird die Quickscope Leuder mit der Schausse mal ist hier ich werde nun in der Stadt wo ich dir um Weltblut statt die nächste Folge nicht so richtig geil die Klickleiter der Quickscope Abos damit war ich damit ich für paar Hater wieder ab er ja auch gut nur was denn die Nacht bis so was wird denn immer er auch so wieder gemacht wird Quickscope Abos das bleibt auch das Schaubob Abobos Schaubos wissen wer der Babos was ist das eigentlich ist das Lied oder was das hat dort kriegen in so Kollege oder Haftbefehl einer von den beiden einfach mal gesagt also mir keine Ahnung ich weiß ich weiß ich weiß nur dass das so gesagt wird ja und ich habe das irgendwie mal meinen Sprachgebrauch übernommen ja ebenso ich will einfach cool sein oder ich habe einfach mal ein dummes Wort gesucht was man irgendwo einfügen kann ich bin mit Schaubos die für mich so johol wie oder so oder Babo Babo Jodeo bis zum Abbaus also ich will mich wenn ich der Boss er würde ich mich gerne Babo nennen lassen das klingt extrem verweichtlich verwarmt warm warm Leute ist in Österreich das ist das du warm bist also gay schwul ach man ist eine Stunde österreich Stunde mit Gaps und Knoschloch du kannst österreichisch sprechen oder du wirst irgendwo im Bauernkaf ich kann steirisch ein bisschen in Bauernhausen ich kann auch kärntnerisch ein bisschen ich kann Tirolerisch ein bisschen ich kann alles ein bisschen aber nix scheit das ist richtig schlimm hey cool da kann was lol man kann diese Ketten rauf gehen hier ha 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 schau her Gaps Gaps man kann hier die Ketten rauf gehen Lars Kiel in Bord einer ist richtig cool du schaust nachher das Video an wenn das oben ist da kann die Ketten rauf gehen ja ich weiß echt was macht auch ein Lars Kiel weg weiter ist er behindert die steile doch besser ist die Schmerz zumindest von den Kipps wer hat dieses die wird die Welt scheiße ich soll es durch ihr 90 oder so nein die ist diese nächste Partie machen wir Quicksilver Bord und nachher machen wir 90 Bord wir blicken schon in die Zukunft Leute es.